Versteht ihr meine Sprache? Ei! Es scheint, als wäre dies der einzige Pfad dorthin. Öffnet mir das Tor. Das ist nicht ohne Grund geschlossen. Bestien haben uns aus der alten Stadt am Vulkan vertrieben. Da oben wimmelt es von ihnen. Mit meinen Orks werde ich schon mit ihnen fertig. Bleibt von mir aus in euren Hütten, aber macht den Weg frei. Ah! Niemand soll sagen, dass die Frostklinge untätig sind. Beim Blutschwur der Clans, wir kommen mit euch! Wir haben einen Teil des Schlüssels zur Stadt, aber die Bestien besitzen die restlichen zwei Teile. Wir müssen sie ihnen abjagen.